Katalog Nr. 20, Lot Nr. 20 Grupp und Fans aufgepasst! Der D-Stamm von Niermann ist über Jahre hinweg ein Garant für haushohe Genomics und hervorragende Kühe. Diese Sputnik ist die Nr. 2 aller getesteten väterlichen Halbgeschwister und verfügt über ein Top-Exterieur und super Gesundheitszuchtwerke. Etliche Bullen sind im In- und Ausland auf Stationen. Das beste Beispiel ist der Bulle Serge Red, der höchste rote Bulle des Jahrgangs 2021. Nutzen Sie dieses Highlight!